Und sie sollte jetzt hier die Top-Favoritin sein. Und sie geht über die Ziellinie mit einer Zeit von 18,2 Sekunden. Das muss reichen. Das ist der Europameistertitel für Erika Zanetti, European Champion for the time of 18,274 Sekunden. Silber geht an ihre Landsmannen, Landsfrau Julia Bongiorno. Und Bombe für Letizia Schimilek aus Deutschland. Und wir haben 6 Minates und Abkauf oder 7 Minus, 6 Minutes und Abkauf. Auf der 10 Tonne, die Stadt mir gehorchen, ist das eine schöne Götze, der wird auf dieses Position. Die Stadt ist doch Not. Die Stadt wir aber nicht. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank. Vielen Dank.